Jetzt erst mal ein bisschen spannender hier hinten Hallo Identity, Willkommen im Stream Mein Wort ist bei dir Ja, hey Hahaha Oh, Gartenängste Und ich darf wieder bannen Neeee Jawohl Und außerdem, du hattest die ganze Zeit Sonja da gehabt, deshalb auch Oh, ein Russe. Ach, ne. Das war's. Anton, sag mir mal, was er geschrieben hat. Übersetz mal kurz. Für'n Hai ist es zu lang. Stalker! Stalker! Krüppelherz! Jetzt gibt's noch ein Krüppelherz in Chat. Was? Na, Amo ist mein Stalker. Und ich bin sein Stalker. Ah, schon. Wir stalken uns gegenseitig immer. Cool. Und dazu stalken wir noch andere Leute. Ah, okay. Oh, meine Chemie ist weg. Stimmt. Moment. Das krieg ich hin. Ich rief mich mal in der Mitte. Eee. Oh, ein Illidan. Jetzt will ich so gerne Brightwing spielen. Mach. Und Johanna ist auf... Ah, Johanna ist auch noch nicht auf. Dann nimm Brightwing. Dann nimm ich Johanna. Was? Nein. Hm? Ne, der eine gerade. Take Tracer. Ne, nicht für die Illidan. Kannst gerne, äh, Brightwing nehmen. Ich nimm Johanna dann. Achso. Achso. Ich hätte ihn gerne, weil das wäre Ultron. Guck mal. Ah, Mann. Zoll des Sylvanas. Okay, dann machen wir's. Das passt auch gut. Ah. Der fragt sich, warum er immer als... Die. Achso. Weil er das letzte ist. Pfff. Okay. Bis dann, Namu. Ciao. Äh, irgendwas tankiges Bann. Ja. Warte, wenn wir dir überlegen. ETC. Na, die haben keinen Combo für ETC eigentlich. Na gut, Taika ist mit seiner Ulti schon... Ja, okay, aber... Diablo würde ich eher bannen. Diablo? Really? Ja, okay. Wir brauchen Wave Clear. Die haben halt nicht so viel Wave Clear. Ja, das stimmt. Lidan... Na, Morales ist doch hier eindeutig Wave Clear Nummer 1. Ja, ja. So weit ich sagen muss, der Damage von Morales an Minions, den darf man nicht ver... Ne, darf man nicht verfolgen. Ja. Ja. Ich meine, die Granate macht ultra viel Schaden eigentlich. Also... Aber das verstreut natürlich die Minions dann auch noch. Schlipp. Ja. Wann selber den Muradin? Wir müssten auch wissen, dass wir kein Muradin picken werden. Na, wissen tun sie es noch nicht, ne? Ja. Ich glaube, ich bin eher Tyrande. Okay. Dann kann ich... Morales dann... Das ist natürlich gut, ja. Die Krusein kenne. No. No. Ja, Tyrande. Ah, Uta... Vielleicht... W-Byte ring noch dazu. Ja. Plum boom. Hämmer? Okay. Alter, nice, ein Hämmer. Ich mag das, wenn die Gegner Hämmer picken. Warum? Weil ich Pirande bin. Ach so. Und Long-Match-Stun habe. Ja gut, dafür ist es gut. Ja. Oh doch, ETC. Wir beginnen mit dem ETC. Nice. Es wird immer besser für mich. Ich bleib sowieso... Weißt du, wir müssen einfach weit und auseinander bleiben, dass der ETC keine... Und nicht beide reinbekommt in die OLT. Ja, du kannst von außen standen, ich kann hinrennen und standen. Genau. Und zur Not, sobald du siehst, dass er tanzt, einfach auf B drücken. Ja. W? Ach so. Ja. Dann haben wir Brightbring auch, der abbrechen kann. Ich kann abbrechen. Zagara kann mit der Moor abbrechen. Jaina könnte einen Frostring machen. Ja, genau. Das ist die beste Kombo ever. Ja. Die kannte vorher noch keiner. Das war richtig voll. Ich dachte auch erst, dass ich das Jaina Stitches Highlight verkackt hätte, dass ich da die falschen Zeiten dann genommen habe. Mhm. Aber da hab ich noch mal reingeguckt und dann... Ja. So. Ich hab auch schon ein Strip und Zettel bereit. Ich auch. Dann muss mal gucken, dass ich vielleicht das mit... Mit Jaina die beiden Highlights, dass ich die vielleicht auf YouTube hochlade, vorm Replay dann. Ja. Ich hab heute mal... Oder gestern Nacht und heute Nachmittag ein bisschen LOL gespielt. Mal. Okay. Ja. Komm mal Toplane. Sonst müssten zwei Supporter auf eine Lane. Hopp ist die andere Seite. Hopp. Hopp. Ja. Ja. Schön LOL hat mich so durcheinander gebracht. Ja. Ich find auch LOL so im Verhältnis... Erstmal... Erstmal fehlt mir da Maunch. Ja. Ich... 3... 2... 1... Oder nicht wie gesagt, dass du uns esse. Schon wieder den Chat geöffnet. Anton 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 guck mal bei mir im Stream gleich. Ich will mal... Ich mach mal Test Donation. Juhuuu. Dann liest du was mir Lennart gemacht hat. Na gut ich kann jetzt nicht reingucken. Guck mal da ist was. Aber warum muss der Unimoralle sein? Ist ja ekelhaft. Ah jetzt kommt der auch noch. Verdammt. Okay mit dem Tykes hab ich nicht gerechnet. Ne ich auch nicht. Er ist der Nation Alive. Ich hab leider noch keinen coolen Sound dafür. Aber die Animation ist schon mal gut. Verdammt. Passt. Ohhhh nice. Hallo? Nein! Der Illidan! Sonst wär das mein Skill gewesen. Der Illidan ist grad noch so weggekommen. Oh. Oh Sniper Eule. Ich hab irgendwie immer das Bedürfnis was zu sagen wenn ich mit der Eule eintreffe. Ja. Das gab es vorher. Aber jetzt ist das ein Haufen Münzen mit Zerg Symbol drauf. Oh. Oh. Ich hab noch gar nicht den Long Range. Ups. Wir können runtergehen. War noch schon geklaunt. Oh. 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 Verdammt. Das war nicht so gut von mir ey etwel. Wies im Tick mal eine kleine Noob. Mann Mann Mann. Hie he he. So. Report me. Ich glaub wir sollten in Botlane gehen Obwohl Bei Botlane könnten wir uns Oh nice Zwei Leute getroffen, Sniper Ja und dann sollten wir auch Botlane Ja Für die anderen wollen oben bleiben Los kriegen wir auch die zweite Dauert zwar ein bisschen Aber du kennst das ja von mir Ja Mach ja auch alleine Camps Ja Mach ja mal Das war ich grad Mit der Kamera oben Gut sind sie oben jetzt noch abgelenkt ne Ja Klamm schon wieder nicht aufgepasst Aber diesmal war ich wenigstens mit der Kamera Vor allem wir sind immer noch schneller als die oben Ja Das mit Johanna Ja Ja Na ne ok Ein bisschen schneller sind sie noch Aber dennoch Vor allem wir kriegen jetzt einfach dadurch ne großen Nur weil die nicht aufpassen Und sozusagen Ja Sollte ich abdenken lassen durchgehen Nice Oh ich hab grad Oh ich ne Mann Grad so drei So ein mehr Sollte noch ein Lager anfangen oder Ich glaub das Also ich selber Anscheinend ist Komm dann nach unten Das stimmt Keine Kracht So den ersten Turm hab ich schonmal getötet Das war schön Dann hat vielleicht nicht mehr so viel zu tun Ich mach sowieso das Tor Ja da kann ich das Die Schwächung nicht aufs Dinges machen Komm das Beste ist auch Sobald du da rauskommst Wird das denen auch nicht weiterhelfen Die Hämmerpflanzche Die Hämmerpflanzche Die Hämmerpflanzche Sie haten mich egal Das ist unser Team kann jetzt Pushen Aber weißt du ich sterbe und wir kriegen wieder was dafür ne Ist ja klar Also wenn ich mit dir spiele darf ich niemals die Challenge haben nicht sterben Freu mich auf Dragon Shire wenn ich zuerst spiele Du lässt mich nicht weg die Hörte schweigen. Naja gegen 4. Noch geplotten. Komm mal erstes 4 komplett weg. Ulti. Fall. Was ist denn da? Bin mir sicher ich glaub da wirst jemand ruckern. Ja Elidan. Oh gut. Ach komm mal mit. Was sollte der denn? Also dass das nicht funktioniert hätte ihm klar sein müssen. Können unten den Hämmer mal holen alle. Ja. Guck mal da ist noch. Ja den kriegt ihr. Der hat mich weggeschockst, die Sau. Voll unhöflich. Der kleine Hämmer will nicht aus dem Kinderparadieser geholt werden. Ach man. Dein Sergeant möchte aus dem Camp. Der Sergeant. Oh hier ist er ja wieder. Ja. So. Anton hast du auch gefollowed. Verdammt. Aber ich leide kurz dann. Ich habe mich daneben gesetzt. Ja. Jetzt werden wir mal Pflanzen machen. Ja. Die müssen erst was. Das war echt gut. Mhm. Ja. Aber ich hatte es leider nicht Glück genug drauf. Sonst hätte ich da rausweg ne. Ja. Ne Highlight. Ja. Da finden wir bestimmt noch einige Highlights heute. Ja. So wie immer. Ja. Du musst auch dann mal im Replay nachgucken und dann noch. Da wollte ich bestimmt gerade nen Moshpit machen. Der Hämmer ist auch irgendwo hier. Ne. Die, die, die mich sucht. Ich darf ihn behalten. Ich darf ihn keinen Sergeant behalten. Du kannst ihn mal stunnen. Soll ich ihn stun? Okay. Okay. Jetzt werde er nicht mehr. Das war der Moshpit. Das war aber nicht geplant. Das war geplant. Natürlich. Hehehe. Herrlich. Zweimal den Moshpit abgewährt. Ja. Der hat den gemacht. Dann hat er ja, wenn er nicht geklappt hat er ja, nen kurzen Cooldown nur. Genau. So. Und dann bin ich nochmal raufgesprügelt mit meiner Ulti. Beim zweiten. Nein. Ich glaub das ist schon nen Highlight. Ja. Hehehe. Der war gar nicht so gesehen ey. Oh nice. Das ist richtig nice. Moin Sasa. Moaaasap. Das hat mein UBS hat mir gar gar nicht die Zeit an. Meins schon. Äh. Ich hab keine verworfenen Frames an. Ich glaub es ist auch nicht. Ich hab keine klatschen und die lachen können. Ich hab keine Flamme zu lassen. Hast du genug Säge! Der Terror brosee! Warum nicht? Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's gesehen, du hast einen anderen Nacht überlebt. Wie wunderbar an den Tag. Was ist denn wie du da bist? Boah! Was für das dann? Wird man gegen den Weg schossen? Na, ich bin nach oben. Mit einem Kläm, oder? Ich geh mal eben mal weg wie lange streamen wir denn ungefähr was der zeit dastehen wir stream seit ungefähr 22 minuten habe ich jetzt habe ich ein paar jetzt verliere ich ein paar frames gerade was war los jetzt rutscht das so durch von grün gelb rot grün gelb rot grün gelb rot so jetzt habe ich auch harte lex was ist denn los ok jetzt ist es jetzt ist alles wieder normal neulian bitte da ist gerade reingesladet